Hallo, euer Dummkopf hier. Ich war gestern nicht da, da habe ich kein Video gemacht. Ich stecke gerade noch mit einem Umzug-Aufbruch-Ding, was man macht, um hier mal rauszukommen, was ganz schön wäre, irgendwie mal. Und deswegen habe ich heute was mitgebracht und darüber haben schon viele Leute geredet. Von daher kann ich euch heute nicht verübeln. Ich denke gerade Leute vor der Tür, die meinen Namen rufen. Ich bin so fucking froh, wenn ich hier wegkomme, Alter. Das ist so fucking nervig. Heute aber, wie gesagt, geht es um ein bisschen was anderes. Normalerweise mache ich nur witzig hier und gar keine Meinung. Und heute mache ich mal nur Meinung, denn ich finde gerade was wichtig, wo ich heute nochmal drauf aufmerksam gemacht wurde. Ich habe mich jetzt lange zurückgehalten mit der Diskussion um Artikel 13. Darum geht es heute auch. Und heute möchte ich mal ein kurzes, knappes Video noch dazu machen. Ich finde, das ist wichtig, dass wir da nochmal ein bisschen Licht drauf lenken. Weil durch den ersten Aufschwung dieser Welle und Leute, die dann auf einmal anfangen in Videos zu heulen, deswegen dann doch so eine ziemlich krasse Gegenreaktion jetzt von vielen YouTubern stattgefunden hat, die gesagt haben, hey, muss man sich jetzt auch nicht so anstellen. Ist jetzt alles nicht so schlimm, wird schon nicht passieren. Und ich glaube doch, dass die Gefahr da relativ groß ist. Und ich glaube auch, dass sich viele der Konsequenzen da gar nicht bewusst sind, weil auch viel nur von YouTube geredet wird. Und man mal ganz klar sagen muss, Leute, wenn Artikel 13 als Gesetz solches verabschiedet wird, dann wird nicht nur YouTube blockiert werden in Europa, sondern auch höchstwahrscheinlich Twitch, auch höchstwahrscheinlich Facebook, höchstwahrscheinlich Instagram, höchstwahrscheinlich Reddit, höchstwahrscheinlich Twitter, weil es ja auch ab und an mal Bewegtbild hat und so weiter und so fort. Und das ist nämlich deutlich umgreifender und nicht so, ja, dann weichen wir auf irgendwas anderes aus. Das wird auch auf jede neue Plattform dann zugreifen, die die Möglichkeit hat, da etwas hochzuladen oder Videos hochzuladen oder so, weil es dann ein EU-Recht und dementsprechend auch ein gewisses Länderrecht ist, je nachdem, wie die das alle implementieren und übertragen, muss sich halt daran gehalten werden. Und das ist schon ziemlich scheiße. Der Anstoßer für mich war heute ein Bild, was Flo auch nochmal hochgeladen hat, LeFloid von YouTube selber, eine Mail, die ist an einige rumgegangen, nicht nur an YouTuber, auch, sondern an andere, die ausdrücklich auch nochmal mahnen, und ich habe euch das auch verlinkt mit allen Infos, zu dieser Aktion Save Your Internet. Da gibt es ganz, ganz viele Videos dazu. Und ich muss sagen, ich finde das alleine so krass absurd, was gerade abgeht. Ich bin großer Philipp DeFranco-Fan, der ist ein amerikanischer YouTuber, der macht so News-Inhalte, und der hat ein Video dazu gemacht, das ist auch auf dieser Save Your Internet-Seite, Und da sagt er, ja, wenn das alles so durchgeht, dann bis dann Europa, so, weil, was, also er berichtet auch darüber und sagt, dass man da natürlich die Leute unterstützen kann, aber es ist halt wirklich so, es ist absurd, es ist absurd, dass einfach die Leute halt auch so ein bisschen machtlos sind. Und ich finde gerade dagegen, obwohl dieses Gesetz als solches natürlich schon in irgendeiner Form verabschiedet worden ist, darüber wurde ja auch schon abgestimmt, können wir natürlich immer noch was dagegen tun. Es gibt nach wie vor die Petition, die natürlich jetzt, wie gesagt, einfach nur da ist, um Druck auszuüben auf die Leute in den verantwortlichen Positionen, weil es sind nun mal einfach Leute, die nicht unserer Altersgruppe entsprechen und sich auch nicht wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen, auch manchmal nicht können, weil die natürlich über ganz viele Sachen abstimmen, jetzt nicht nur über das, aber es ist halt wichtig. Es ist was, womit wir aufgewachsen sind, es ist wichtig, um seine Meinung frei zu äußern, es ist wichtig, um selber sich menschlich, finde ich, weiterzuentwickeln, zukünftig, als auch wichtig, gesellschaftlich sich weiterzuentwickeln. Es ist was, was inzwischen unabdinglich ist und nicht richtig wäre, auf diese Weise zensiert zu werden. Alles dazu verlinke ich euch nochmal in der Beschreibung. Ich bitte euch, da natürlich selber nochmal eine Meinung drüber zu bilden, gucken, was ihr davon haltet, die Petition vielleicht zu unterschreiben, wenn ihr das möchtet, lest euch das alles durch. Dadurch ist es wirklich, 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 auch die Seite, die YouTube eingelegt hat, nicht viel. Es ist nicht viel, was ihr euch da durchlesen müsst, um eigentlich relativ gut informiert zu sein und einfach zu wissen, dass das hier alles im besten Fall sehr, sehr bald, nicht in einem Jahr oder fünf, sondern vielleicht schon Ende des Jahres nicht mehr so sein könnte, wie wir es kennen und im Zweifelsfall dann auch nie wieder so sein wird. Und deswegen auch meinen Beitrag, soweit jetzt dazu, wie es geht. Ich muss natürlich eigentlich noch weinen, weil sonst ist es ja nicht dramatisch genug. Ich bin sicher, dass man da in irgendeiner Form noch was bewirken kann, gerade weil der Druck öffentlich immer mehr zunimmt. Ich würde euch das einfach auch mal zu Herzen legen, euch dazu informieren und das, was ihr tun könnt, dazu dann auch noch beizutragen. Sei es eine Unterschrift oder selber ein Video zu machen, wenn ihr selber Videos macht. Ich mache sowas, wie gesagt, auch nie und deswegen ist das auch was Neues für mich. Aber sich damit auseinanderzusetzen und wie nah das vor der Tür steht, dass im Prinzip YouTube per se einfach nur noch aus Videos besteht von Fernsehsendern, ist für mich eine absurde Idee. Aber es ist wirklich sehr real und das ist gruselig. Und es sollte meiner Meinung nach für uns alle sehr, sehr gruselig sein, allein schon über sowas nachzudenken. Ich verlinke euch das in der Überschreibung, warum das alles so ist. Wir sind natürlich, wie gesagt, nicht als einzig betroffen. Es sind alle EU-Mitgliedstaaten betroffen. Belgien, Bulgarien, Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, noch. Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Zypern, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn. Das ist krass. Das ist tatsächlich krass. Wie gesagt, wir in Deutschland sind auch nicht die einzigen, die dazu Videos machen. Da gibt es auch jetzt wirklich ganz sprachig in Europa viele Videos zu, dass sich da weiterhin eingesetzt wird. Dass sowas natürlich in Kraft treten kann in einer bestimmten Form, aber eben nicht unter den Prämissen, die bis dato genannt sind. Sodass wir im Prinzip am Ende des Tages nicht mehr das machen können, was wir im Groben wollen und Kreativität so krass zensiert wird. Obwohl es ja eigentlich ein Schutz der Kreativität sein soll. Vielleicht am Ende noch ganz kurz. Wer jetzt absolut keine Ahnung hatte, wovon ich rede und ich denke, Text lesen, habe ich jetzt absolut keinen Bock drauf. Ich tue mein Bestes kurz. Momentan ist es so. Ich habe einen YouTube-Kanal, ich lade ein Video von Madonna auf YouTube hoch. Like a Virgin zum Beispiel. Das Label von Madonna nimmt sich die Einnahmen von meinem Video. Also ich, das Label geht über YouTube an mich. Wir klären das, weil YouTube eben die Grundlage dafür bildet. Wenn Artikel 13, so wie es jetzt ist, in Kraft tritt, kann das Label direkt zu YouTube gehen. YouTube verklagen, die werden haftbar gemacht dafür, obwohl es ja die das nur zur Verfügung stellen und eigentlich auch schon ein Protokoll in place haben, sodass man es melden kann und dementsprechend auch runtergenommen werden kann. Das passiert sowieso, wenn ein Video viel Traktion bekommt, dass Leute das melden automatisch. Da gibt es auch Angestellte für, das machen auch viele Leute so, dass die die Meldenfunktion nutzen. Das kann jeder machen auf der Plattform und dann diese Sachen reviewt werden. Aber so wäre es eben der Fall, dass dann die Plattform selber verklagt werden könnte. Und das Risiko von allen Plattformen, wo es unklar ist, was für Leute welchen Inhalt hochladen und ob sie wirklich hundertprozentig alle Rechte davon haben, ist eben für diese Plattform zu groß. Was dementsprechend beinhaltet, dass dann die Videos blockiert werden und dementsprechend wir nur noch das gucken können, was sowieso rechtlich und was weiß ich nicht, was schon abgenommen wird. Spielt also großen Konzernen dann einfach wieder schön in die Hand, von denen sich viele loslösen und deswegen auch viele coole Projekte entstanden sind. Und deswegen viele Künstler, auch gerade in der Musikindustrie zum Beispiel, aus dem Boden geschossen sind, die einfach alles selbstständig gemacht haben, ohne Labels und ohne alles drumherum. Was so gut tut und auch für eine weitere Entwicklung so interessant ist, weil so viele gute Leute gerade durch so eine Freiheit mega gefördert werden, gerade wenn sie kreativ sind. Lasst uns das alle nicht verlieren. Lasst uns uns nicht aus den Augen verlieren. Informiert euch bitte weiter darüber. Ich habe euch, wie gesagt, alles verlinkt. Das war es kurz und knackig. Ich hoffe, ja, hoffen. Ich bin gespannt, was am Ende des Tages passiert. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Morgen geht es hoffentlich im normalen Tenor weiter. Vielleicht werde ich mittendrin die nächsten Tage immer mal wieder ein Video aussetzen. Es ist momentan ein bisschen stressig und ich muss auch nochmal nach Berlin. Ja, sehen wir dann. Im Dezember geht es vernünftig weiter. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.